hallo herzlich willkommen ich bin der centex wookie und wir spielen lego jurassic world wir befinden uns auf der isla nubler jurassic park das bezieht sich auf den ersten teil aus der aus der serie jeder kennt jurassic park und das als lego ist schon mal nicht schlecht das ist die mission stromabschaltung ja wir mussten es leider teilen also splitten auf zwei teile weil die einfach alle alle zu lang sind und ich glaube youtube kann mich nicht leiden das ist unglaublich das spiel kam heute raus ich habe es gestern schon gehabt und haben gestern wollte man schon hochladen und seitdem mecklen sie eigentlich überall überall an mir rum ich hätte teile doppelt hochgeladen und was weiß ich auch immer oder ja das übliche halt video sequenzen müssen raus aber das ist ja klar obwohl es in den teilen zuvor eigentlich immer drin bleiben konnte wie im besten teil zum beispiel das lego batman da durfte es drin bleiben musik ist immer so eine sache manchmal ja manchmal nein wir haben sie sicherheitshalber raus gemacht einmal haben was probiert und youtube gefällt das nicht deswegen ich habe heute für diese mission hier stromabschaltung das blicken wir in zwei teile und ich glaube den vierten anlauf schon also vier mal geändert und sony vegas wo ist leider nicht so schnell ja deswegen drei vier mal machen und ja das ist etwas nerven du lädt das dann hoch und dann finden sie was anderes ich hoffe dass es jetzt danach mal passt ja wie gesagt es ist stromabschaltung und wird gesplittert in zwei teilen also nicht wundern wenn video sequenzen fehlen darf man nicht drin lassen musik darf man nicht drin lassen video sequenzen mit schwarzen unterbalken darf man auch nicht drin lassen es muss eigentlich fast alles raus ein wunder dass was überhaupt noch hochladen darf nicht desto trotz ist es lego und da von jurassic park verfilmt also sprich die ganzen teile macht es bis jetzt schon einen heilen spaß hoffe ich und ja ich hoffe es geht euch genauso ich wünsche euch viel spaß dabei also immer weiter zocken ciao euer wuki genau das habe ich gesucht einen moment bitte spiel 0 gary 1 na los Hey, 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 stopp! Von einem Fahrzeug kommt hier niemand durch. Ich sag, denn du willst als Dino-Futter enden. Komm schon, such dir ein Auto! Okay, viel Spaß! Das ist ein Auto! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020